Hallo und herzlich willkommen. Hier ist jetzt nun ein Testvideo. Ich, äh, ich mach das nur wegen Legs-Test. Und zwar, äh, schau ich, wenn ich Bioshock empfindet aufnehmen kann. Ohne halt rückefreie Bezug oder so. Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich, ich konnte ihn nur nicht sehen. Okay, wie ich sehe, läuft das so weit flüssig. F. Öffnen, Tür. Tür öffnen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach, äh, nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Okay, ähm, wir gehen hier lang. Ah, nö. Nicht hier lang. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. So, Spiel fortsetzen. Mal schauen, wo ist Elisabeth? Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Aha. Wo weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und variabel. Ja. Hier geht es nicht weiter. Moment, ich mache kurz die Sensibilität von... Von der Maus. Etwas runter. Okay. Wo kann ich noch mal rennen? Nee, hier ist Griechen. Okay. Ah. Nee. Jetzt ist... Wieder scheiße. Ah. Option. Ich habe auch Bioshock-Empfindet nicht mehr lange gespielt. Ich weiß nicht mal, wann das letzte Mal war. Ich glaube, da kam das Spiel raus. Dann habe ich es gespielt. Genau. Okay. Tür öffnen. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. K-kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort. Wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Das ist schon geschehen. Ja, es geht weiter. Hier lang kann ich nicht, wie er scheint. Kann ich hier lang? Ja, kann ich. Ich schaue auch, ob ihr mich hören könnt und des Weiteren. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich nach Wundetnie. Ich suchte damals. Alles klar, Leute. Ich glaube, das war's für diesen. Nein. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Ich glaube, das war's dann mit dem Part. Ich danke fürs Zuschauen. Und mal schauen, ob es Rack frei geht. Ich weiß es nicht. Aber ich lade zu. Und dann werden wir sehen. Bye, Leute.